Die Karre ist stehen geblieben, Alter. Da ist der GTI einfach stehen geblieben, Alter, mitten auf der Straße. Wir wissen jetzt nicht warum. Der Wagen ist einfach stehen geblieben, wir wissen nicht, was das Problem ist. Einfach stehen geblieben, hat aber den Geist auch gegeben, Alter. Was? 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 Das Wort 50 Euro, aber auf dem Weg zur Bank ist die Karre einfach stehen geblieben. Und wir wissen nicht warum. Die Karre ist tot. Die Karre ist arm. Was? 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 Das ist so geblieben. Der Karsten Auschna, der Karsten Auschna gibt Vollgas mit dem WTI die ganze Zeit, ey. Jetzt ist die Karre stehen geblieben, Alter, wir wissen nicht was das Problem ist. Die Karre geht nicht mehr an. Mussten wir mit der Polizei die Karriere wegschieben, Alter. Was sagst du das so, ey? Du hast auch Fisch. Ja. Ja. Du hast hier auch Fisch. Auf. Lass das mal. Auf. Ja. Ja. Komm. Hör auf. Jetzt mussten wir die Karre hinschieben, Alter. Hinschieben. Die Karre geht immer noch nicht an und wir mussten die jetzt zur Seite hinschieben, Alter.